Flux FM in digitaler Gesellschaft. Gegen das Urheberrecht verstößt und damit macht das Gericht jetzt den Weg frei für eine Sperrung der Webseite durch Internetzugangsanbieter, also über diesen einen kleinen Umweg. Warum es in dem Fall geht und was die Entscheidung für das offene Netz und die Grundrechte bedeutet, das besprechen wir jetzt mit Volker Tripp vom Verein Digitale Gesellschaft. Hallo Volker. Hallo. The Pirate Bay ist jetzt nicht unbedingt jedem ein Begriff, weil nicht jeder, man kann es sich manchmal nicht vorstellen, aber nicht jeder nutzt illegale Inhalte im Netz. Was ist das für eine Webseite, worum geht es da? Ja, The Pirate Bay ist im Grunde so eine Art Telefonbuch, könnte man sagen, also du hast ja schon gesagt, man findet auf The Pirate Bay eigentlich keine urheberrechtlich geschützten Dateien, aber Verweise auf sogenannte Torrents und diese Torrents sind kleine Dateien, die kann man wiederum benutzen mit einem entsprechenden Client, mit einem entsprechenden Programm, um Dateien von den Rechnern anderer Nutzer zu laden. Also es ist so eine Art Zwischending, es hilft eben dabei, Dateien von den Rechnern anderer Nutzer runterzuladen. Und damit nimmt es eben eine zentrale Stellung in dieser File-Sharing-Architektur ein, die da eben benötigt wird, über die auch illegale Software, Filme und so weiter getauscht werden, aber eben auch nicht nur. Okay, und was ist jetzt der Hintergrund der Klage? Also wer hat geklagt, warum und mit welchem Ziel? Es hat eine holländische, eine niederländische Lobby-Organisation geklagt, Stichting Brain heißt sie, die setzt sich eben ein für die Interessen der Inhaber geistiger Eigentumsrechte und die wollten erreichen, dass zwei sehr große Zugangsprovider, nämlich Access for All und Ziggo, den Zugang zu dieser Webseite sperren. Also die Kunden von Access for All und Ziggo sollen, wenn sie die URL eingeben, in ihrem Browser eben einfach zu sehen bekommen, Seite ist nicht auffindbar. Ah ja, und das wäre bei uns irgendwie vergleichbar mit diesen ganzen Eins und Eins und was das alles gibt oder wie? Genau, also das wäre so, als würden die eben zur Telekom hingehen und sagen, liebe Telekom, macht mal für eure Kunden diese und jene Internetseite unzugänglich. Ist das rechtlich in Ordnung? Kann man das einfach so machen? Ja, das kann man einfach so machen. Zum einen ist es so, im Europarecht selbst, in der EU-Urheberrechtsrichtlinie ist vorgesehen, dass es in Fällen von Urheberrechtsverletzungen im Internet eben die Möglichkeit geben muss, Verfügungen gegen den Vermittler dieser Rechtsverletzungen zu erwirken. Und das, so sieht das jedenfalls die Rechtsprechung, eigentlich kreuz und quer durch Europa, diese Vermittler sind eben die Internetzugangsprovider, weil die mir sozusagen den Weg ins Internet bahnen und erst darüber kann ich dann überhaupt auf die Webseite zugreifen. So, und das ist aber nur relativ grob geregelt im Europarecht und im Einzelnen, die einzelnen Voraussetzungen, das ist eigentlich den Mitgliedstaaten überlassen, unter welchen Voraussetzungen sie Netzsperren verhängen können. Und das ist eben tatsächlich in den unterschiedlichen Mitgliedstaaten auch leicht verschieden. Also in Deutschland hat der BGH, der Bundesgerichtshof, da man der Entscheidung zu gefällt, Goldesel TO heißt die, da hat er zum Beispiel gesagt, grundsätzlich muss man immer zuerst versuchen, gegen diese betreffende Seite selber vorzugehen und zu versuchen, diese Seite eben einfach down zu nehmen. Und erst wenn das gar nicht geht und man alles Zumutbare ausgeschöpft hat, na dann kann man eventuell über den Zugangsprovider gehen. Das ist in den Niederlanden etwas einfacher, da kann man eben direkt an hinten. Hat man das denn im Fall von Pirate Bay probiert oder wendet man sich jetzt da an den Zugangsanbieter, weil das halt eben leicht geht in Holland oder Niederlanden? Ja, also soweit ich weiß, ist es so, dass man eigentlich schon seit Jahren probiert, an The Pirate Bay ranzukommen und es hat auch immer wieder Versuche gegeben, einschließlich Inhaftierungen der Betreiber und allen möglichen anderen Versuchen. Letztlich ist es bisher jedenfalls auch immer wieder daran gescheitert, dass The Pirate Bay eben sagen konnte, wir hosten kein urheberrechtlich geschütztes Material. Bei uns gibt es nur die Torrent Links und wenn einer hier das Urheberrecht verletzt, dann sind das die Nutzer, aber jedenfalls nicht wir. Und deswegen ist man eben häufig auch mit dem Vorgehen gegen The Pirate Bay gescheitert und weil das eben wesentlich leichter ist, einfach zu den Providern zu gehen, die sind greifbar, gegenüber denen sind auch Gerichtsentscheidungen sehr gut vollstreckbar. Ja, deswegen hat man sich eben da jetzt die Provider rausgesucht. Und den Providern ist das egal, die lassen sich das dann vorschreiben und dann machen sie es halt oder wie? Nicht wirklich, denn ansonsten wäre es ja nicht zu dem Gerichtsverfahren gekommen. Also die Stichting Brain musste die beiden Provider tatsächlich verklagen und das Ganze ging auch durch mehrere Instanzen und das oberste Gericht der Niederlande ist dann eben jetzt hingegangen und hat gesagt, also ist das denn jetzt eigentlich eine Urheberrechtsverletzung im Sinne des europäischen Urheberrechts? Und genau diese Frage hat dann eben dieses Gericht dem EuGH jetzt vorgelegt. Okay, Volker Brey, bleibt hier noch einen Moment. Wir klären nämlich gleich mal, wie Netzsperren, wie im Fall von The Pirate Bay eigentlich genau funktionieren. The Pirate Bay, haben wir gerade schon gesagt, das ist die Website, die euch zeigt, wie im Netz an urheberrechtlich geschützte Inhalte wie Filme, Musik und Software kommt. Das würde jetzt wie Werbung klingen, wenn nicht der Europäische Gerichtshof gesagt hätte. So, das Angebot von Pirate Bay verstößt gegen das Urheberrecht und hat damit den Weg freigemacht für eine Sperrung der Website durch Internetzugangsanbieter. Volker Tripp ist immer noch bei uns. Wie funktionieren Netzsperren denn eigentlich so ganz genau? Der einfachste Weg ist eigentlich, dass man die IP-Adresse sperrt. Also jede Seite hat ja eine IP-Adresse, eine lange Reihe an Zahlen. So, und jetzt kann man eben einfach sagen, okay, der Provider kann einfach sagen, ich erlaube meinen Kunden nicht den Zugriff auf diese IP-Adresse. Das ist relativ effektiv erstmal. Eine andere Möglichkeit ist eben auch eine DNS-Sperre. Das heißt also, weil sich ja keiner diese langen Zahlen merken kann, aus denen eine IP-Adresse besteht, gibt es eben immer noch den, also in Buchstaben und so weiter, die ganz normale Adresse. Das wird dann eben über einen Domain-Name-Service umgeleitet auf die eigentliche IP-Adresse, wenn man eben nur diese in Buchstaben-Adresse eingibt. Genau, das kann man eben, die könnte man zum Beispiel genauso gut sperren und damit können die Kunden erstmal nicht mehr darauf zugreifen. Ja. Also VPN ist ein Virtual Private Network, ja, da verbinde ich mich eben von meinem Rechner aus erstmal mit einem anderen Server und zwar durch eine verschlüsselte Verbindung, die von außen nicht einsehbar ist. Und erst von diesem Server aus geht dann die Verbindung an die eigentliche Internetseite, die ich gerne haben möchte. Und auf die Art und Weise kann dann bei der Internetseite, die ich haben möchte, taucht auch nur die IP-Adresse von dem VPN-Dienst als Zugriff auf und nicht meine eigene. Und Tor? Und Tor funktioniert so ähnlich, das ist ein spezieller Browser, der den Traffic eben auch umleitet über mehrere Punkte, sodass eben auch nicht mehr erkennbar ist für die Seite, die ich anwähle, wer ich eigentlich bin und umgekehrt für meinen Provider auch nicht erkennbar ist, welche Seiten ich anwähle. Alles klar, so gut. Wir haben jetzt geklärt, wie Netzsperren eigentlich funktionieren. Viele Aktivisten, euch eingeschlossen, denen sind Netzsperren eigentlich ein Dorn im Auge. Ihr lehnt das ab. Warum? Es gibt viele Gründe, Netzsperren abzulehnen. Also das, was auf der Hand liegt, zunächst mal ist eigentlich die Gefahr des sogenannten Overblockings. Denn es werden typischerweise, wird der Zugriff auf gesamte Webseiten gesperrt. Ist irgendwie auch Zensur, ne? Ja, ist es ein Stück weit, aber jedenfalls Overblocking heißt einfach nur, es wird legaler Content mitgeblockt. Und eigentlich bei den ganzen File-Sharing-Seiten ist es eben so, dass nicht nur illegaler Content da getauscht wird, sondern genauso gut auch legaler. Ja, und selbst wenn wir sagen, also der Großteil des Contents, 90 Prozent oder so, ist illegal, dann sind es immer noch 10 Prozent legaler Content. Und genau für diese 10 Prozent wird eben unnötigerweise die Meinungs- und die Informationsfreiheit im Internet beschnitten. Ja, und insofern ist das schon ein Stück weit Zensur. Im Übrigen geht eigentlich auch noch eine weitere Gefahr davon aus, denn wenn man einmal diese Architektur stehen hat, dass man also sagt, okay, hier können Netzsperren angeordnet werden ohne weiteres durch eine gerichtliche Verfügung und so weiter, dann passiert das heute wegen des Urheberrechts. Und wer garantiert, dass diese Architektur nicht morgen für andere Inhalte, missliebige Äußerungen zum Beispiel oder jetzt ja gerade ein sehr großes Diskussionsthema Hass und Hetze im Netz benutzt wird und Webseiten eben gesperrt werden, weil man sagt, oh, da tauschen Leute nur bösartige Meinungen aus oder irgendwie sowas. Genau das ist die Gefahr. Also wenn sowas einmal vorhanden ist, dann kann das Rad eben auch relativ einfach weitergedreht werden. Und es ist also nicht unüblich, dass sowas dann einfach auch Begehrlichkeiten weckt, wenn es einmal da ist. Diese erwähnten Aktivisten, in die wir euch mit eingeschlossen haben, macht ihr was dagegen? Also prangert ihr das an? Oder gibt es Aktionen? Also ich meine, Netzsperren sind ja schon seit ziemlich langer Zeit eigentlich so in der Diskussion ganz groß mal mit diesem Zensurgesetz von Frau von der Leyen. Ja, Zensursolar war das Stichwort. Und seitdem eigentlich protestieren wir immer wieder dagegen, weil Netzsperren an sich einfach ein Weg ist, der nicht besonders sinnvoll ist. Für die, die versiert sind, ist es leicht zu umgehen. Und für den Durchschnittsnutzer haben sie eben einen abschreckenden Effekt. Und deshalb insgesamt sind sie einfach nicht der Freiheit und den Grundrechten im Internet förderlich. Aber wie protestiert ihr dagegen? Also jetzt natürlich hier, das schafft Öffentlichkeit, dass wir alleine darüber schon sprechen. Aber gibt es irgendwelche anderen Aktionen, an denen ich mich beteiligen kann oder sonst wie, wo ich mitmachen kann? Wir haben jetzt unmittelbar jetzt gerade keine Aktion, wo man sich dagegen beteiligen kann. Aber zum Beispiel kann man sich, sagen wir mal, interessieren jetzt für die EU-Urheberrechtsreform. Da werden Netzsperren und Uploadfilter und all diese ganzen Dinge, die eigentlich letztlich eine Zensurinfrastruktur begründen, ein ganz wichtiger Bestandteil eigentlich sein. Und da kann man natürlich eben jetzt versuchen, Aktivistengruppen wie zum Beispiel uns zu unterstützen, die sich in die laufenden Verhandlungen da einmischen. Die versuchen eben da ihre Sichtweise einzubringen. Wir suchen auch das Gespräch ganz direkt zum Beispiel mit Abgeordneten oder mit Leuten im Ministerien, um denen eben klarzumachen. Also A, was ist unsere Position und B, warum und warum sollten sie die auch übernehmen? Also warum sollte man eigentlich gegen Netzsperren sagen? Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, das Angebot von Pirate Bay verstößt gegen das Urheberrecht. Die Sperrung der Webseite durch Internetzugangsanbieter ist nur eine Frage der Zeit. Davon ist Volker Tripp vom Verein Digitale Gesellschaft so, würde ich mal sagen, latent ungeflasht, weil Netzsperren sind doof. Volker, vielen Dank, dass du hier warst. Bis bald. Ja, gerne. Ciao.